Oh, jetzt noch eine schicke Offiziermütze. Hä? Was ist los? Da ist irgendwo ein Zombie bei dir. Ich bin ohnmächtig. Bist du ohnmächtiger, dann sollst du eigentlich gleich wieder aufstehen. Ich habe jetzt leider nichts dabei. Ich bin schon durstig, oh Gott. Ah, jetzt lebst du ja schon wieder, okay. Jetzt bin ich schon wieder ohnmächtig geworden. Ach, du bist doch hier. Da hast du irgendwas, irgendeine... Ja, da steht, you are... Ja, ja. Der Ankast ist ziemlich netzig, kann ich alles gleich aussprechen. DERITRIATION! Warte ich. Lieb ich hier. Na ja. Ja, da musst du... Ich werde nicht aufstehen. Musstest du was trinken. Kann ich ja nicht trinken. Na ja. Das ist das Tronkholz. Wenn ich was trinken könnte, wäre es natürlich prima. Das ist ein schwarzer Öl schon. Das ist das Tronkholz. Kann ich den Apfel füttern. Keine Ahnung. Ich gebe dir mal einen Apfel, vielleicht hilft das. Ich habe jetzt leider nichts mehr zu trinken, das ist das Problem. Ja. Du hast auch nichts, ne? Ja. Ich bin mit dem... Ich bin mit dem früher früher der jetzt heiß. Dann will ich nicht aufstehen. Ich weiß, der Öl schon. Das heißt, ich steck jetzt gleich. Aber wie lange der lebt? Ja ja. Ich verstehe nicht warum. Jetzt ist der Server auch noch down. Das ist doch so ein Knüller, ne? Passt doch. Das ist... Ja. Wir haben ja alles gelootet. Das passt sowieso. Aber... Ich weiß nicht, was mit dir ist. Wenn du bewusstlos bist, ob du da auf den neuen Server irgendwie wieder... Aber dann suchen wir halt einen neuen. Ja. Also wenn ich den jetzt schließen komme ich gar hin. Ich komme Regulieren und Neustart.